Alicia hat eigentlich genug von Männern, doch irgendwie kann sie auch nicht ohne. Carlos buhlt um ihr Herz. Plötzlich spielt sich durch Zufall ein anderer Mann in den Vordergrund. Paul. Liebesgeständnis bei GZSZ. Carlos, Patrick Fernandes, steht auf Alicia, Josefeng Bressel. Es geht nicht um Sex. Es geht um dich. Das zwischen uns ist etwas Besonderes. Schon von Anfang an, macht er ihr klar. Alicia will Carlos aus ihrem Kopf streichen. Für Carlos ist Alicia mehr als nur eine Affäre. Die Blondine will dagegen nichts mehr mit dem Mexikaner zu tun haben, weil er ihren Onkel Tobias, Jan Kittmann, ins Gefängnis bringen wollte. Obwohl Alicia Carlos vorerst eine Abfuhr gegeben hat, denkt sie insgeheim immer noch an ihn. Alicia und Paul. Sind da Gefühle im Spiel? Plötzlich kommt ein weiterer Mann ins Spiel. Paul, Niklas, Osterloh. Der Dauersingle trifft im Kiez immer wieder auf Alicia. Ihr Verhältnis ist kompliziert. Er roht ihr eine Tür ins Gesicht. Sie klaute sein Fahrrad. Doch irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass sich da mehr entwickeln könnte. Plötzlich sitzt Alicia mit ihm alleine da. Das Schicksal meint es gut mit den beiden. Paul und Alicia kommen sich offenbar näher. In einer RTL-Mitteilung heißt es, Paul ist dankbar, als Tobias ihm mit einer Rampe für Jonas hilft. Er lädt ihn zum Essen ein und hat nichts dagegen, als Alicia sich dazu gesellt. Doch Tobias muss unerwartet los. Paul und Alicia sitzen sich allein gegenüber. Küssen sie die beiden? Die neue Folge ist am 8. Dezember ab 19.40 Uhr auf RTL plus Sternchen abrufbar. Die neue Folge ist am 8. Dezember ab 20.40 Uhr auf RTL plus Sternchen abrufbar.